braucht halt 400 für für eine ladung ich meine können das jetzt ja noch ein bisschen machen ach du scheiße ahne böses bitte nicht nach hier oben teleportieren hunde das wäre keine gute idee nämlich den creeper weil ihr greift den ja nicht an mensch auch wenn ich hoch geht dann habt ihr keinen bock auf den ich will es mal sehen wie hunden creeper töten man unbedingt mal sehen und jetzt töten ich kann die an die mit der spinne ablenken ging es aber schnell hier so gefahr ist vorbei aber so wie es aussieht ist da hinten noch eine die mir meine meine neujahrsnacht versauen will oder ofen ist aus hier brennen dann auch aus sozusagen lasst mich heraus hunde ich will ich will er weg jetzt ein bisschen ganz schön aggressiv was hunde betrifft mensch und das ding ist jetzt auch gleich fertig das hier war es und daher hat noch eine oder das war es ist vorbei wester ist vorbei und jetzt was machen wir mit den hunden ich hätte ja gesagt dass ich jetzt mal ein bisschen holz holen gehe und zwar eichenholz weil ich da bock drauf habe ab zwar wahrscheinlich noch ein bisschen was in der truhe unten aber es macht doch keinen spaß hier so silvester ist vorbei und jetzt geht es wieder normal weiter oder wie das ist blöd ja gut die das mit den hunden dass das jetzt halt eine beschissene situation und den steinen kann ich raushauen hier wie mache ich das denn jetzt setzt euch mal dahin bitte jetzt halt extrem wie viele hunde ich habe also wirklich übel normalerweise also ich hatte noch nie so viel also außerhalb vom let's play jetzt auch also ich hatte ab und zu schon viele hunde aber das hatte ich jetzt nicht junge 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 ist ja echt übel warum sitzt du da unten und du auch jetzt so sitzen jetzt alle du auch noch jetzt machen wir mal folgendes erstmal hund streicheln oder auch nicht weil ich eine leere hand dazu brauche so und dann haben wir das auch erledigt und da fliegt man auch schon wieder die hunde kacke an den kopf jetzt brauche ich natürlich hier bisschen ja gut das natürlich nicht will hier nämlich so eine so eine so einen holzrahmen drumherum machen dann fängt das neue jahr schon mal gut an das ist doch schön so und das war's schon dann hole ich mir mal wieder ein bisschen was hey dorfbewohner was geht wie habt ihr ein neues jahr gefeiert äh mein silvester wenn ich gar nicht oder verständlich ihr fragt mich ja auch schon wieder ob ich handeln will so aber das reicht natürlich auch wieder nicht weil ich will ja noch hier weitermachen so mal hier weiter und dann brauche ich noch mehr holz würde ich mal sagen mache ich mal den baum hier noch auseinander den hier reicht auch nicht hätte ich nur nicht alles klein gesägt dann wäre das jetzt kein problem so hier ist nichts mehr drin das heißt ich kann die alle weg machen und eigentlich könnte man das so machen dass ich diese dinger für nächstes jahr hey 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 hier in den boden rein mache so und dann ich habe eine bessere idee oder nee das macht gar keinen sinn da muss ich anders machen ich muss jetzt ich will mir sowas hier holen und dann erst mal das hier wieder raus machen das hier hin und dann mache ich das hier hin dann ist das doch okay dann müsste der sich eigentlich verbunden haben damit äh was mache ich denn für eine kacke hier ach habe ich jetzt nee habe ich nicht hat er sich verbunden ja da müsste ich jetzt äh müsste ich jetzt der ofen ist fertig mit den nerven der kommt wieder mit nach unten er darf hier hin er macht er hier weiter er wird auch speed upgrades rein machen sehe ich gerade aber ich glaube lohnt sich nicht oder oder wie ist das so es wird schon wieder abend das gibt es doch nicht wie die zeit vergeht mensch ich hätte jetzt gern irgendwie so einen zaun hier außenrum ne also hier so mache ich aber mal noch hier weiter mach das jetzt mal folgendermaßen mach hier wieder neun mal neun rein dann nehme ich die bären raus schmeiße ich die da rein dann mache ich jetzt so leid wie es mir tut den wildbären busch mal weg ja tut mir leid aber es muss sich ja natürlich ein bisschen was ändern ne das kann ja nicht so weitergehen so hier rum gepimmelt dann mache ich jetzt mal mache ich jetzt mal mache ich jetzt mal mache ich hier so einen übergang rein dass man hier runter laufen kann dass hier dann vielleicht noch ein eingang ist wo man rein laufen kann muss ich mir jetzt mal überlegen ja was ich hier mache wenn du ja mal hier wieder ein bisschen platz machen da sind es drei blöcke breit das liegt aber daran dass hier so ein ausgang ist macht ja auch sinn so ich könnte aber auch einfach theoretisch alles drei blöcke breit machen und dann so na das geht ja auch ist doch jetzt ein witz oder jetzt ein absoluter witz ey das gibt es doch nicht mensch warum musste das denn jetzt sein muss ich wieder glowstone holen was ist das denn 1 2 3 4 1 2 3 12 13 glowstone blöcke brauche ich also 13 halbe ich habe 14 das ist ein glück hier manchmal das aber ein creeper explodiert ist war jetzt kein glück so und die dinger mach ich mal hier rein weil da reicht es mir jetzt langsam die kommen da rein die kommen da rein die kabel die brauche ich wahrscheinlich noch ah ja perfekt alter wird hier rumgekackt hier mensch ja lass ich einfach offen am besten oder das kann man ja machen kann ich das nicht auch einfach so machen ja hier siehst du mal zeitgespart so das leuchtet wie verrückt hier warum auch immer da würde ich gern zumachen weil das geht mir auf den sack wenn die zombies hier rumlaufen und ich muss hier dann durch aber irgendwie kann ich das auch nicht zumachen ähm muss ich mir mal überlegen wie ich da runterkomme das sieht auf jeden Fall nicht so schön aus hier dann mach ich wie wäre es wenn ich hier so ein so warte mal ich mach das hier auf jeden Fall wieder ein bisschen gerade das sieht auch nicht so geil aus hier und wieder die Ärzte zum Vorschein aber die reiße ich natürlich raus weil die kann man ja irgendwann mal vielleicht noch gebrauchen ah ja perfekt da ist einfach nichts drunter so eigentlich müsste ich jetzt könnte ich nicht auch einfach warte mal da ist die Tür da ist die Mitte aber es gibt ja hier theoretisch keine Mitte das heißt ist aber andere Vielen Dank.